Hallo? Hallo und vielen Dank für Ihren Anruf. Ich bin im Augenblick leider nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton. Okay. Hallo? Hallo und vielen Dank für Ihren Anruf. Ich bin im Augenblick leider nicht erreichbar. Bitte... Hallo? Hallo und vielen Dank für Ihren Anruf. Ich bin im Augenblick leider nicht erreichbar. Meine eigene Combox ruft mich an. Und völlig überraschend, konnten sie ihm nicht helfen. Ich kann ihm trotzdem mal als Mitarbeiter der Kommunikationsgesellschaft zurückrufen, weil ich es trotzdem nochmal habe, dass ich ihm das Problem anschauen wollte und ihm helfen. Hallo? Das ist der Kunde, Jens, wegen Ihrem Handy. Sie haben sich gerade bei uns gemeldet. Sie haben das Problem. Ich habe ein Problem mit meiner Mailbox und zwar rufe sie auf meinem Handy an, anstatt dass ich auch auf der Mailbox anrufe. Also Sie rufen auf Ihre Combox an und dann? Nein, also ich bekomme die ganze Zeit Anrufe von meinem Handy, also auf meinem Handy klingelt. Ich gehe ans Telefon und dann ist meine Mailbox dran und ich höre meine Mailbox. Dann hören Sie ja, wenn Sie auf Ihre eigene Combox anrufen. Nein, also nochmal. Bei mir klingelt das Telefon. Und dann ist aber meine Mailbox dran. Aber dann haben Sie schon abgehängt und dann hören die Leute bei Ihnen die Combox, ist klar, ja. Nein, meine Mailbox ruft mich quasi an. Ja. In diesem Fall verbinde ich Sie gerne mit unseren Fachleuten vom Psychologischen Dienst. Was? Kurzer Moment. Psychologischen Dienst, Frela, Grüezi. Nicht wahr, oder? Ohne Scheiss. Herzlich willkommen beim Keller-Fond. Weisst du, meine Nerven, ohne Scheiss, meine Nerven liegen wirklich blank. Bei mir hat ungefähr gefühlte 500 Mal jetzt das Telefon...